Ja, reden wir mal über die Zukunft von RB Leipzig. Die wird ja durch die Dreifachbelastung anders als im letzten Jahr. Wir machen uns da besonders um einen Menschen schon große Sorgen. Um Tim Tölke, das ist der Stadionsprecher. Und wenn man den bei normalen Spielen sieht, weiß man nicht, wie er das in Zukunft mit drei Wettbewerben hinkriegen soll. Tölke Nummer 7, Marcel! Navi Tor! Mit der Nummer 8, Navi! Navi Tor! Für RB! In der 65. Spielminute, Tor für RB! In der 47. Spielminute trifft unser Mann mit der Rückennummer 9, Yusuf! Das ist so sensationell Einsatz. Haben Sie da auch einen breiten Kader, was Stadionsprecher angeht? Weil der schafft ja nicht dreimal die Woche. Der schafft es. Ja? Ja.